Okay, dann habe ich Bögen, die nicht. Ähm, ein Witz getroffen werden kann. Okay, sonst ist hier nicht viel auf dem Platz. Dann mal rein da. Bin ich auf dem Boden? Ja. Was ist denn? Was ist denn? Achso. Normale Gegner, die sehen nur furchtbar aus hier. Habe ich vergessen. Es wäre Licht. Ich gehe nur leider nirgends. Irgendwo. Die Wurzel. Die das dunkel leuchten könnte. Da müssen wir eh Lichter sammeln. Darkling Kleidung, da ist sie. Ich weiß nicht, dass wir die schon haben. Okay. Okay. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Gehen wir hier rum. Hier geht's runter. Ah ja, okay. 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 Jetzt sieht ein Gewitter auf. Bei uns gewittert's auch schon jemand den ganzen Tag so im WC. Fun fact, there is a secret leveling system in Teasat Canyon. What? How? For me? Or for the fiends? Maybe both. I'm curious how much of a difference it is to for each hand. I can't do shit with the left. Uh, Untergrund. Da kommt Zubberwälder wieder. Wenn wir in den Untergrund gehen. Wie könnt ihr den schon alle freigeschalten haben? Echt? Hm. Sieht jetzt nicht so interessant aus. Alter, wie groß ist der? So groß wie die Map oben. Oh Gott, ich hab so wenig. Ich hab echt wenig. Sollen wir mal Richtung Lila laufen? Da ist ein großes Ehrlicht. Kann man hier nicht wieder hoch? Kann man hier nicht wieder hoch? Ah. Ah. Hüatsch. Hüatsch. Aus. Aus. Was war das? 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 Oh Gott! Ja klar, da ist es fast... Warum ist es hier fast? Oh Gott! Was war das? Was war das? Oh Gott! Also irgendwie kämpfen wir für meine Verhältnisse. Das war schon für mich. Eine Käse. Oh! Schattenose! Okay! Seid ihr jetzt mit Holz? Moment! Oh man! Das ist jetzt der... Darkling? Wieso ist die mit Holz? Was ist das? Oh ja! Oder meine Rüstung anziehen. Also ich finde es nicht so voll im Dokument. Ich bin nicht so voll im Dokument. Ich nehme es nicht so voll im Dokument. Ich bin das nicht so voll im Dokument. Ich bin jetzt die mit Holz. Ich bin die mit Holz. Ich bin jetzt nicht so voll im Dokument. Es ist sehr sehr. Ich bin jetzt ein Dokument. Das muss man in den Hintreffen. Okay, wenn ich ihn, ähm, zum Fall bringe, dann verteilen sie sie. Schattenhose. Ne, okay. Der hätte ja in den Schatten kämpft. Das ist Dunkelhose in Dunkelwand, okay. Ah, woher ist denn die? Nichts zu essen, doch. Moment. Ich hab' ein paar Sachen gekocht. Ich hab' ein paar Sachen gekocht. Aber was soll ich mit so vielen Schellen machen, hä? Jeder von den Schellen macht. Ich hab' ein paar Sachen gekocht. Das war's für mich. Das war's für mich. Was soll das denn gehen? Was ist das, wenn ich reingehen werde? Okay, ich habe kurz ein Schild. War mich das stressig. Und sie starten zu werden, mit besseren Parts und Rebellen zu werden. Great! Nett, dass ihr wartet bis du die Kiste öffnest. Nett, das bin ich auch. Die Ecken haben wenigstens noch anstanden. Oh Gott! Was ist das, wenn ich reingehen werde? Was ist das, wenn ich reingehen werde? Dieser ist die... Okay, alles klar. Ah! Phoenix! But I don't want this system. Ich mache mich niegüri. Nein, negüri. Es ist so furcht, Pai. Das war ganz furchtig. Leider haben die kein starkes Schwert dabei. Dass wir jetzt wieder Teile ranmachen können. Nur so blöde Holzstöcke. Aber, ja wir haben das da, dann können wir eigentlich nachher im Stall das festmachen. Okay. So viel dazu. Und jetzt kommen wir jetzt hier wieder raus. Da ist noch ein. Da ist noch ein. Da ist noch ein. Und das Video ist wieder hoch. Ich habe ihn schon gesehen. 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 So for the hardest enemies start with rock armor. Ich habe ihn schon gesehen. 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 Ich habe ihn 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 gesehen. Ich hast ihn gesehen. Es war gar nichtекотор. Ich habe ihn gesehen. Ah! Einig ist ja auch mal wieder zu... Ja, ich bin. Es tut. Ja, es tut. Warum? Warum? I really don't understand, why you think down here is cool. I really don't. So, ich glaube, ich komme hier nicht wirklich hoch. Ja, vielleicht. Aber auch eine Weile Strecke. Ich bin eigentlich auch nicht mehr am Stahl der Berge. Na, auf meine. Und da machen wir aber dann kein lachendes Smiley mehr im Mundgrund, ne? Ne? Da ist es traurig. Deaths? Bin ich für Deaths? No. I found a... a well. Und in the well was another well. Und I think another one. Well Inception. I feel like there's more things they could have done, but honestly, Harrow spend a lot in Harrow, right? What do you mean they could have done a lot more? You are not even finished. When you finish the game, you can't say that. But I think it's so much they did. And I really like it. Well, well, well. Yeah, totally. Well, well, well. Well, that was in the decompress... What is this principle!? What is this specific building?! Oh no.... Baum..... Oh je. Ich habe da auch irgendeinen Scheißhall wieder gemacht hier. Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Die werden sich schnell hintun. Wie das? Das ist so seltsam. Es ist komplett dunkel zu fliehen. Es ist zu wissen, wo man landet. Wem gefällt es hier wirklich? Ihr seid doch seltsame Menschen. Wie ist das denn noch weit? Eigentlich nicht. Ah! Ah! Auf, auf, auf! Wie neben Dunahorntal. Okay. Ich hab gehofft, hier gibt es eine Wurzel! Ich hab die Sachen zusammengebracht. Ich hab die Sachen zusammengebracht. Ich hab die Sachen zusammengebracht. Wie ist das? Wie ist das? Ich weiß nicht. Ich bin eher ein nghirenter Mensch. Ich bin eher ein Groner-Growndes-Person, ich gues. Die hat nicht viel vertrieben. Aber jetzt, wo ist jetzt denn sie mir hier? Ja. Was ist das? Große Zonaenergie. Ne, danke, die Barschen. Sind Minen nicht normalerweise, die... Die Hauptgänge. Die Hauptplätze, wo man dann auch... ...Enanimo umtauschen kann. Das sind hier ja eher wenige danach. Ne. Wie weit ist das? Furchtbar hier unten. Wie wenig ich hier aufgedeckt habe, wirklich. Wir hier hinkommen irgendwie. Ich habe Fragen über den Ancien Hero. Und ich denke, dass die Sky und Depth haben mehr Secrets zu discoveren. So, yeah, that's a fair point, but I still don't like it. Anyway, since you've got, uh, tears, what's your thoughts on your memories? I don't know. I just think everything is very sad. And I don't know where to go from here, what are we doing now with these memories? I don't know where to go from here. 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 Also, vielleicht gehen wir wieder hoch. Wir waren ja jetzt kurz im Untergrund. Gehen wir wieder hoch. und gehen zum Stall. Ja, wo war der Stall? Welche Stelle habe ich denn gemacht? Ah, die Stelle am Berge. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ähm. Ich glaube, hier war das. Der kam. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und hier. Dann haben wir die. Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Tut mir leid. In other words, der Lightning in all the other games. Der Treaty Gun in the other games. From the first to the legends. Yeah. No. Absolutely. No. Not a reboot. Was ich sehr plan. Ich muss ne Quest machen. Und dazu muss ich mit einem Heap einen Stein zerschlagen. Und ich suche jetzt die Frau, die das von mir wollte. Oh, die war. Ich glaube, die waren nicht hier. Ich will noch da gucken. Also die waren in irgendeinem Stall. Aber ich weiß es halt nicht mehr. Weil da hatte ich natürlich dann nichts mit dem ich mit einem Heap einen Stein zerhauen kann. Da brauchst du ja einen speziellen Prügel mit einem Stein wieder. Oh. Den hätte ich jetzt. Das war bei dem sprechenden Huhn. Aber hier war sie. Ja. Ja. Da ist sie und schlägt auf den Stein. Mit diesem Prügel hier. Ah ne. Scheiße. Der ist einhändig. Die sind alle einhändig. Dann schaffe ich es da wieder nicht. Mist. Ich brauch'n Zweihänder. Ich dachte, das wär'n zwei. Ich dachte, das wär'n zwei. Ich dachte, das wär'n zwei. Ende. Ich muss mir das irgendwie markieren. Es ist kein Mensch mehr, was das war. Späte. Äh. Okay. Gut. Und was ist dann jetzt unser Plan? Das ist eigentlich die beste Frage. Wir könnten zu den Koronen gehen. Theoretisch. Was hab' ich hier markiert? Da ist kein Mensch mehr. Wir könnten auch hier hingehen. Aber hier hab' ich noch überhaupt keine Schrei mehr. Inneres Akala. Ist hier vielleicht auch eine Akala-Festung? Oder wir kümmern uns mal um Quests. Ja. Es gibt hier so viel zu tun. Das ist echt Wahnsinn. Die Wasser-Einsprung. Da! Die Quest checke ich überhaupt nicht. Ich bringe die dem Wasser-Einsprung in den Schlüsse den Dreialtieren dar. Ich weiß nicht, was da gemeint ist. Operation Ivarok. Also nun mal. Operation Ivarok. Okay. Nur nach dem Heiligtum. Das vom Licht erfüllte Pilz-Heiligtum. Das vom Licht erfüllte Pilz-Heiligtum. In der Nähe eines Taisen-Heiligtum. Ich weiß nicht, wer Schuhtar ist. Schuhtar ist. Hm. Und jetzt haben wir Wirbel. Wirbel im Sand. Okay, dann müssen wir nach Gerodostadt. Popolis. Schuhtar. Das könnten wir versuchen. Aber ja, da kommen wir noch nicht überall hin. Das ist hier eins ausgeschabene Kolossals. Und Eldin. Im Thronsaal vom Schloss Hyrule ein neues Reckengewand verbunden. Wir waren doch im Schloss Hyrule. Weil wir noch nicht so betrogen sind. Oh, das ist die Schulquest. Was war das denn nochmal? Verheerung. Teilierte Abbildung dieses Ereignisses. Mail den Pallas zuhause. Das... Ah! So. Das könnten wir ja gucken. Oh nein. Hm. Ja, dann prophezei. Oh Gott. Da, die Statue. Die checke ich auch nicht. Das sieht die Präsenz der Muttergöttin in der Statue. Okay, doch. Die ist auch im Tempel der Zeit. Okay. Wir machen jetzt den Anschauungsunterricht. Und dann gehen wir nochmal zum Tempel der Zeit. Aber eigentlich habe ich die Erkenntnisse ja schon gewonnen. Vielleicht gehen wir dann nicht zum Tempel der Zeit. Sondern warten auf die dritte Statue. Bis sie uns nochmal die gleiche Quest gibt. So, wir müssen nach Karkarikon. Oh Gott. Tut mir echt leid. Ich habe einfach noch die... Die Steuerung von... Nein, fände ich gerade drin. Komm. Da, Mann. Ah. Alles have no story similarities with Ocarina of Time. Mostly with Ganondorf. Ja. So. Einen schönen guten Abend, Scary Clown. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hat gerade was gestochen. Mein Ellbogen juckt. Warum juckt mein Ellbogen? Ja. Herzlich willkommen im Stream, Scary Clown. So. Kann schon nicht mehr reden. Entschuldigung, er hat einen Scheiß. Nein, ist alles. Entschuldigung. Ist Impa eigentlich wieder da? Bye, Frilyon. Guten Abend. Karte des Dorfs. Pfff. Wir haben schon lange nicht mehr diesen Typen versehen bekommen. Was ist das? Ich vermute mal, was ist das? Sonst hat sie ja nicht wirklich ein Bild von der Verheerung. Ok, dann gehen wir mal vor den Tänern. Wo es wieder Abend ist. Kein Mensch in der Schule. Da ist sie. Thank you! Dankeschön. Danke, danke. Schreien wechseln ist immer furchtbar. Ja, und vor allem von PlayStation auf Switch. Wie geht es dir? Naja, wie immer. Und selbst. Baby, Clown. Aber wie talking about Ghenterscreen? Baby. Baby. Ähm, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst. War lange nicht mehr da. Neuer Rechner Corona hätte sie. Sven-Andreas-GT. Kannst dich noch erinnern? Leider nein. Sorry. Aber dann herzlich willkommen zurück. Freut mich sehr, dass du wieder da bist. Story of Seasons. Das habe ich ja auch schon bestimmt anderthalb Jahre nicht verspielt. Wieso eigentlich nicht? 4 Uhr morgens. Schauen Kinder sollen aufstehen und nicht in die Schule gehen. oder? Wer kann hinkommen. Ja, ich glaube er auch. Eigentlich ein sehr schönes Spiel. Das habe ich richtig gesucht. Also auf dem Gameboy AdWords war das ein Spiel, das ich glaube, am öftesten gespielt habe. So, gut. Wenn ich jetzt eh hier ein bisschen warten muss... Freunde, ich fühle mich? 어디해? Ich dachte, würde mein poder 행 noteras. In EMP4-Jout-Jout-Jout-Jout. So wie er die Stww-Jout-Jout-Jout-Jout-Jout dann herbe� den Mund, was er, bis zu einem Linden, drehen kann ich Dir sein. Die Stcimento von großen Sch destro unin Zentimeter war es, sütend als viaje zu überzeugen encountered. Oh, 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 oh. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.